hallo freunde was geht ich bin euer gaming nie sie mit drei leuten und ja wir machen 222 und ja das heißt es ist das ist macht ja es ist macht natürlich manchmal willst du mit der börse monster also ich bin das ich bin das maschine ich wundere ich mach grad ich mache ein video du machst ein video ja was weißt du eigentlich nicht so ein fortheit wenn ich mir fragen kann fragen darf bitte noch mal ich hab nicht was schaden was feierst du nicht so antworten hat das move ist tausendmal ich hab kein vergeiltes move wird es viel zu lang von meiner meinung nach und da ich habe ich spiele ist das handling von der waffen einfach spielkind willst du jetzt links haben wer blau wird dann kommen da kommen main oben oben im fünften stock ja kommt wir werden jetzt wir werden jetzt auseinander nehmen ich habe die selber noch er noch nie spielen sehen aber für mein kass die gehen ja die gehen ja in meiner klasse eben und ich habe wohl und ich habe von denen gehört dass der 1 baum der nicht so gut ist ich kann es nicht bestätigen aber ich glaube der ist gar nicht mehr so schlecht weil dieser spielkind ist richtig gut bei mir ist gegner ich habe ihn noch 35 und noch ja doch hatte hat hat er ja gesagt oder haben wir unbedingt gesagt ja das problem ist wenn ich halt eben stirbt ich habe als ich wüsste wieder rumlaufen mit da ich brauche den slurp gerade ist ja brauche ich bin müsste bei mir ist ja gerade einer ich habe gerade kassiert trinkt 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 jetzt wahrscheinlich gleich selbst hilft den slurp alter auch natürlich trifft er mich weiß wo darum schimmelt ich weiß wo er rumschimmelt ich weiß wo er rumschimmelt ich weiß wo er rumschimmelt ich weiß wo er rumschneubt ich weiß wo er rumscher ich weiß wo er rumscher ich weiß wo er rumscher ja du musst den du musst ihn holen ja bitte 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 gibt mir noch gar auch mal die parken will ich haben danke ach was ich bin bullshit alter danke auch so was prinzip blue life ich komme ich komme wusste wo sind die wo sind die ich hab ja ich hab die haben die haben alle meine ganzen märz genommen ja was sollte machen der p90 mal ohne blue life man da kann man nichts machen der art wieder zeit meiner schlager am alter ich will ich raste gleich komplett aus junge der ist richtig glaubt er hat der hat links gefressen wird das ist erwartet bis ich komme erwartet bis ich komme es ist doch so feige schuhen alter der kassiert dick als danke der kassiert noch was heute der kassiert morgen noch was heute ja ich brauche dings ich brauche lieber ja ich weiß wie ich brauche meine schade alter wieder hinten rum stimmt oder warst du halt tut mir leid mein schatz ist ja ganz schön ja 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 naja nicht Meine Funktion fehlt. Wo sind die? Ach. Oh, help. Ich höre bei mir gerade irgendwo noch Steps. Oh, ich habe LVP. Oh, hier liegt der Smapper für dich. Willst du das Smapper? Ja, hier liegt ein Jagdgewehr. Gönnt ihr. Äh, Leute, wo bist du? Da oben. Achso. Nee, es hat gerade auch Minis. Ich habe ein Mini. Fresh. Ich brauche unbedingt hier. Ich habe Elfer. Danke. Wir sind ein gutes Team, würde ich mal sagen. Da, die verkehrten sich doch sowieso safe irgendwo und warten. Warten wir darauf bis wir kommen. Der sieht das Video, man. Sei mal nicht zu hart zu nehmen. Die sind ultra nett. Ich bin da. Ich bin da. ich probiere ja ich weiß wo der ist denn gar der verschimmelt sich da unten irgendwo ich würde mir jetzt locker flog der wird der entdeck der folge die folge so ich habe kein märz mit tod wegen dem lappen ja natürlich zu zweit auf eingehen natürlich natürlich junge alter was ist es zurzeit auf eingehen man ehre wie ehrenlos muss man sein danke kommt du holst dir jetzt beide auch noch junge ja easy 200 hp fixiert zumindest den fix sauber ja ich ja ich brauche unbedingt meine ganzen machen wieder die lappen haben ja alles von mir genommen wo haben die mich gekillt mal meine pump kann hier weißt du was das traurige ist meine ist beide oder eine digga ich habe ich habe ich habe ich habe hallo ich habe ich habe einen bolt für dich wenn du willst ich kann sowieso nicht mehr kommt zu mir die sind jetzt die sind jetzt gerade bei mir ja die wollte ich jetzt über mich jetzt bei der geiern war natürlich nein mit viel ap weil er mich doch sowieso safe ich brauchte helfe sauber wer soll mir nur einmal mit den weg laufen sauber weg so danke was brauchen wir noch plässend club oder gigi jagger slurps ich glaube geht schneller was ich nicht verstehe die müssen hast du bist du bist von diesem munitions für eine piste dazu ja ja sie komm jetzt lass das lassen doch einmal zerfleischen sowie so viel gerade eben ich kämpfen die ich weiß auch rotes aus weißt du was ich verstehe die warten bis wir kommen dahinten dahinten der eine hatten den sniper hast du ihn verpisst sich man wieso weißt du wieso stellt er sich nicht in der schule machte ein auf dicke eier aber wieso kommt er dann nicht und hatte dann gegen mich der andere würde sich hier die ganze not erstmal gern nehmann freund weg zerfetzt janik schon mal weg 1 baum ist janik der andere achtiger warum verpiste sich immer ja jetzt schimmelt er da oben oben auf dem haus und denkt und denkt wir würden sie sehen habe ihn wo ist der ja sauber der hat eine ledger ich mache nicht habe ich nehme nichts alles gut da oben da muss man halt hier war ja noch nicht schätzt die bin ich mir und wir sind ja nicht dahinter zu seinem blut verstehe ich nicht warte ja danke geratenwürfer moment warte jetzt mach dach ich weiß ich komme warte achten granatenwerfer action noch mal ein hit so macht mir auch kein dämmlich die kreis ist easy schnell das ist schnell ich brauche ich gar nicht mehr warte menschen sonst ist schnell dass ich sagen kann es ist einfach ehrlich und es ist für meinen ich bin es ist schon schnell ich habe ich habe noch mal ich habe noch mal kann verpüßte wo schimmelt er rum wo schimmelt er rum mit der falle erledigt ich muss nach dem nächsten kill off wo schimmelt er rum mit der falle erledigt ich kann nicht so ja und ich muss mich ohne ballern schimmelt er rum mit der falle erledigt wo ist der andere der blickt ja mal gar nichts der kompast der kompast ich komme erwarte kommen erwarte Was macht der denn da? Ach, Kollege, Digga. Also, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt aber noch einen richtig geilen Tag, Mann. Guckt auf jeden Fall mal. Warte, Digga. Komm, warte, warte, warte. Sag es genau jetzt. Ja. Wie? Ja, so einen Punkt erzählt. Ja, Mann. Ich schreibe es. Ich bete wahrscheinlich noch mal reinschreiben. Auf jeden Fall hatten wir noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, ich schreibe es. Ja. Ja, ich schreibe es. Ja.